Jo Pyrus, es ist der 31.12. Es ist endlich Silvester und ich starte den Tag mit ein paar kleinen bzw. auch einer größeren Rakete. Alter Schwede, die sind so klein, die Silberblitz. Dann mache ich richtig Dampf und nicht schlecht. Die ganz kleinen, billigen Star Rockets von Lido. Mit Flimmer, das sieht man jetzt leider nicht. So, jetzt meine allererste Funke-Salut-Rakete. Sehr gespannt. Wahnsinn, richtig geil. Leute, lass es krachen. Gutschuss heute. Hallo. Hallo. Untertitelung des ZDF, 2020